Hallo Kameraden und Kameradieschen und willkommen zu einem neuen Video Skyrim Tipps und Tricks Alle Dätrischen Artefakte, diesmal Namiras Ring und ich verrate schon mal so viel, dieser Ring ist etwas und auch diese Dätrische Quest ist etwas für alle Kannibalen von euch da draußen, denn wenn wir den Ring tragen, können wir, sobald wir einen Gegner getötet haben, diesen verzehren und wie wir hier sehen, bekommen wir dann ein bisschen Gesundheit und Regeneration. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt gleich mal an und wir sehen uns dann in-game. Bis gleich! Unsere Reise beginnt diesmal in Markarth, wie immer zeige ich euch, wo sich das genau befindet im Vergleich zu Weißlauf und zwar ziemlich westlich, ja, nordwestlich würde ich mal sagen. Genau, so in Markarth angekommen hier, beim Haupttor gehen wir dann auch in das Gasthaus Silberblut hinein und reden dort mit dem Wirt. Ihn fragen wir nach den neuesten Gerüchten, bis uns etwas über die Hallen der Toten erzählt. Anscheinend hat der Bruder Verlus die Hallen der Toten schließen lassen. Nun werden wir diesen Bruder Verlus einmal aufsuchen. Bruder Verlus befindet sich in der Festung von Markarth. Dort können wir ihn bei einem Gespräch belauschen. Sobald das Gespräch beendet ist, können wir mit Verlus über die Hallen der Toten reden. Ihn müssen wir dann dazu bringen, uns seinen Schlüssel für die Hallen der Toten zu geben. Nun machen wir uns also auf, die Hallen der Toten zu betreten. Dort textet uns zunächst irgendeine Stimme zu. Auf der Suche nach dem Ursprung der Stimme finden wir schließlich Eola. Sie erzählt uns, dass wir bereits einen Menschen verzehrt haben und dass das keine Schande sei. Da der eigentliche Ort, wo sie ihre Leichenzieherin leider momentan nicht zugänglich ist, müssen diese sich also in den Hallen der Toten sättigen. Doch wir werden selbstverständlich das Dungeon für Eola freiräumen. Dafür verspricht sie uns nun, sich von den Hallen der Toten fernzuhalten. Wir können Bruder Verulus also diese gute Nachricht überbringen und erhalten von ihm als Dank ein Amulett. Nun heißt es also auf zu der Windklippenhöhle, wo uns Eola bereits erwartet. In der Windklippenhöhle selbst erwarten uns viele Trauger, wir haben also wieder eine Menge Kampfespaß und können einigen Traugern den Kopf einschlagen. Wie ihr einen Trauger wie hier in einen Goldregen verwandeln könnt, das könnt ihr in einem anderen Dätrische Artefakte Video von mir sehen, und zwar wenn es um den Wobberjack geht. In der letzten Kammer erwartet uns schließlich noch ein Trauger Todesfürst. Dieser ist quasi unser Endgegner. Haben wir ihn besiegt, spricht Eola wieder mit uns. Sie dankt uns, dass wir an der Miras Zirkel befreit haben und sagt uns, wir sollen Verulus suchen, um ihn als Festmahl darzubieten. Mit etwas Geld klappt das aber ziemlich gut. Kommen wir mit Bruder Verulus in der Windklippenhöhle an, spricht Eola mit ihm und beruhigt ihn. Sie sagt, dass es ein Festmahl geben wird und dass er sich einfach mal hinlegen soll, weil er so müde ist. Was jetzt kommt, kann man sich wohl schon denken. Wir müssen natürlich Bruder Verulus zunächst einmal töten. Selbstverständlich können wir Bruder Verulus auch aus diesem Schlamassel heraushelfen oder ähnliches, dabei bekommen wir aber nicht das Dätrische Artefakt. Bruder Verulus sollte mit einem Schlag tot sein. Anschließend müssen wir ihn auch noch verzehren. Nur dadurch können wir das Dätrische Artefakt erlangen. Haben wir ihn verspeist, bekommen wir Namiras Ring hinzugefügt und Namira spricht mit uns. Sie erzählt uns, dass sie die Herrscherin des Verfalls ist und hat uns als neuen Champion auserkoren. Sie dankt uns noch einmal und damit haben wir diese Delta Quest auch abgeschlossen. Wir können nur noch mit den übrigen Leuten in dieser Halle sprechen. Und ansonsten haben wir jetzt Namiras Ring und damit ein weiteres Dätrisches Artefakt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.